Damals Damals Musik von Kikritzbotschen ist zu diesem Zweck am Marktplatz aufmarschiert in gleichem Schritt und Tritt. Die Ehrenjungfrauen waren so weit vorhanden auch erschienen und die Feuerwehr marschiert zur Vorsicht mit. In Kikritzbotschen ist vor Jubiläum und vor dem Museum hat sich alles aufgebaut. Wir baut drum feiern heute, tief bewegt die Leute, weil alle Welt auf Kikritzbotschen schaft. Wer hätte das geahnt, gestern noch unbekannt, heute in Stadt und Land vor jedermann genannt. Wer dann so recht bedenkt, dass keiner Noten kennt, findet es eminent, begabt und allerhand. Alle Rufungsstationen übertragen einmal wöchentlich das Platzkonzert der Kikritzbotschener Blas. Ja, 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 ja. Musik Die Blassmusik von Gickritz-Botschen hat heute Jubiläum und der Bürgermeister selbst spielt sogar mit. Die Blassmusik von Gickritz-Botschen ist zu diesem Zweck am Marktplatz aufmarschiert im gleichen Schritt und Tritt. Die Ehrenjungfrauen waren so weit vorhanden auch erschienen und die Feuerwehr marschiert zur Vorsicht mit. In Gickritz-Botschen ist heute Jubiläum und vor dem Museum hat sich alles aufgelopft und feiern heute tief bewegt die Leute, weil alle Welt auf Gickritz-Botschen schaut. Wie schade, wie schade, oh weh.